Ah, nice! Bruder, ich sehe doch, du bist vorbereitet. Kurze Hose, hast gelb an. Bruder, man denkt, du bist die Sonne. Ich sag dir, der Sommer kommt schnell, hast du gedacht. So, Bruder, du weißt. Ja, Mann. Ja, Bruder, was machst du eigentlich morgen, ja? Morgen? Mh. Nicht, ja. Guck mal, meine Schwester hat morgen Geburtstag, ne? Ja. Das wäre unnummer korrekt, wenn du morgen kommen könntest. So als Überraschung. Was für Überraschung, Junge? Als Maskottchen. Was? Als was? Als Maskottchen. Was? Als Maskottchen. Was? Drüberziehen. Du bist lustig, du kannst tanzen, du kannst singen. Weißt du, das gefällt den Kindern. Weil ich hab ein paar Freunde von dir eingeladen, weißt du? Bruder, bin ich ein Clown oder was? Nein, aber das wäre korrekt so für mich. Und für die Kinder auch, weißt du. Mann, ist das ernst, ja? Ja, Bruder. Nur wenn du willst. Morgen? Morgen. Aber ganz kurz, ne? Rein, raus, fertig. Okay, Bruder. Easy. Easy. Easy, man. So, Kinder. Geht ihr jetzt schön spielen, ne? Ihr habt Essen, ihr habt Trinken, geht habt Spaß. Ich hab eine riesen Überraschung für euch. Ich hab ein Maskottchen eingeladen. In einem superschönen Kostüm. Ihr habt Essen, ihr habt Trinken, geht spielen. Und wartet bis ihr da ist, ja? Dann könnt ihr alle zusammenspielen. Los, Kinder! Los, los, los. Los, los, los. Los, 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 los. Stop! Stop! Hey, Mascotchen! Ja! Ja! Hey, wer ist das? Das ist doch nicht auch nice! Was wollt ihr von mir? Du bist unser Mascotchen! Was? Nein! Das ist ein normales Outfit! Ich hab heute Geburtstag, mein Bruder hat dich eingeleitet! Nein! Also komm! Oh mein Gott! Ich hab heute Nacht! Ich muss jetzt den Tag einschstecken! Ich hab heute Nacht! Ich hab heute Nacht! Ich hab heute Nacht! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020